Hallo, schöne Grüße hier aus Mailand. Wir befinden uns hier am Stand von Kayo Motor. Wird vertrieben in Deutschland durch die Firma MLT. In Deutschland am Start sind hier folgende Modelle. Im ATV-Bereich kommt ab dem Jahr 2018 das sogenannte Bull 200 auf den Markt. Dieses Fahrzeug wird im günstigen Einstiegssegment mit einem Verkaufspreis unter 2500 Euro als D3-Version auf den Markt kommen. In weiterer Folge ist aber der Hersteller Kayo vor allem für seine Kinderfahrzeuge bekannt. Vielleicht gehen wir hier eine kleine Runde. So, schon seit einem Jahr auf dem Markt ist unsere Fox 70, jetzt unter dem Namen Space 1 70, hier in einer neuen Farbe in Grün. In Deutschland bereits schon seit einem Jahr erhältlich. Ideal für Kinder ab 5 bis 6 Jahre. In weiterer Folge gibt es von Kayo die Mini 110, hier auf der Rückseite zu sehen. Die Mini 110 wird in Deutschland unter dem Marktnamen XS Motor vertrieben. Auch dieses Modell befindet sich bereits seit einem Jahr am deutschen Markt. Ebenfalls ab dem Jahr 2018 am deutschen Markt erhältlich ist von Kayo das Modell KRZ 125. Wie wir es hier sehen, dieses Fahrzeug wird in Deutschland ab circa April, Mai erhältlich sein. Mit einem Verkaufspreis um 1400 Euro über den Landtisch gehen. Die KLZ 125 hat eine sehr gute Serienausstattung, angefangen von einer Aluminiumschwinge über Scheibenbremsen. Also sehr viel Mini-Cross und einen sehr guten Preis.